So, da bin ich jetzt bei Part 10. Also, jetzt machen wir Eddie Guerrero Steve Austin Der Latino-Heat Is back So, Führer in Stunners Gewinn durch Pünfer Okay Weniger, 2 Minuten Boah Wird heftig Wird heftig Aber Ist aber zu schaffen Like a hammer Oh So So, jetzt, ach, das ist doch schaffbar Locker sogar Jetzt komm, steh auf Steh auf Komm her, Eddie Tut mir leider leid, aber Tut mir wirklich leid, Eddie 1 2 3 Jawohl 3 BAMS BAMS Geht doch Geht doch, Eddie Tut mir zwar leid, aber Aber Musste sein Jetzt kriegen wir Eddie, pass auf Ja Wie ich gesagt hab Eddie Yay So Gehen wir mal wieder zurück Und machen Trish Versus Lita Ja Ja Ja, vielleicht kriegst du doch noch Fisch der Akku noch in diesem Part Vielleicht ist es auch diesmal Der letzte Part Wie es aussieht Ist das der letzte Part Für Den Entschuld Er Vermeiden, dass ein Fisch an dir ausgeführten Gewinne durch Pin vorlocker Okay Na gut Versuchen wir mal Geht doch Wir sind glaube ich jetzt Weiß ich nicht, wer wir sind So Wenigens ist keine Keiner draußen Aber wir sind glaube ich dann Trish Trish Ja Boom 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 Tschüss Komm her Ach das kann ich nicht Tue ich das Ich bin Focused Haha Ich kann auch Kontern So Boom 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 bottig Brez Von mir Bumm. 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 Ein Frankensteiner. Haha. So. Facebuster. Oh, what a painful kick. Straight kick. Bumm. Lose left press. Bumm. Yes. Ach, scheiße. Scheiße. Nein. Scheiße. Ja, klar. Haha. So. Ja, Mann. Bäm. Wumm. Da tut sich ja fast gar nichts an meinen. Schwunganzeige. Bumm. Jetzt aber. So, man sieht nature. Fuck. Nein. Nein. Oh, 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 oh. Sieht nicht gut aus. So, jetzt kommen. Bäm. One, two, three. Yes, Mann. Geht doch. Haben beide jetzt wahrscheinlich. Nee. Nur Trish. Glaube ich. Geht doch. Ja, Mann. Ja, Mann. Jetzt nur noch eins. Chris Jericho. Dann haben wir es. Ja, doch, beide. Woman Championship aber auch noch. Ach gut. Ja, ich werde jetzt hier einen Cut machen und dann, bis ich das hier dann habe. Also, wir sehen uns gleich. So, das habe ich leider wieder nicht geschafft und mehrfach nicht. Also, lasse ich das erst mal, bis ich wieder Bock drauf habe. Also, bis gleich zu den K-Radits. So, das war es jetzt für den Entity to the Area Mode. Also, wir sehen uns beim nächsten Projekt. Also, hau da rein und ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal.